Musik Ich will Augsburg auf der Weltkarte platzieren! Make Augsburg great again! Bernie! Bernie! Dafür bist du noch zuständig! Komm, lass dir was einfallen! Gib uns ein paar Ideen, los! Schon mal was vom Bischof Ulrich gehört? Bischof wer? Vielleicht der noch? Nein! Ja, aber hat er vielleicht irgendwie so ein Bischofsdomizil gebaut? Ein Missbrauchsgang! Nein, 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 wir brauchen etwas anderes, etwas modernes! Rudolf Diesel Dieselmotor! Diesel geht ja mal überhaupt gar nicht! Jetzt erreißt mich die Höhlen! Der Vater von Mozart! Der wäre unverfänglicher! Nein, nein! Bitte nicht Mozart! Was ist mit der Mozartstadt? Das ist mir peinlich! Wirklich! Ja, aber... Und wenn du aufdeckst, dass Augsburg gar keine Mozartstadt ist? Ist ne Überlegung wert! Da brauche ich nicht viel aufdecken! Und wenn wir das mal alle verstanden haben, dann kommt überhaupt keiner mehr! Nicht mal mehr die Japaner! Elias Holl! Ein Bettenhändler! Was? Wie kommst du darauf? Na ja, Holle! Frau Holle! Ich hab jetzt noch nicht gesehen! Ich hab jetzt noch die »Hur er auf Board«. »Könnig?» »Sie hat sich das aufgehört.« «Sie hat sich das aufgehört!« »Sie hat sich das aufgehört!« »Ich hab jetzt schon gut aber nicht« »Sie hat sich das aufgehört.« Augsburg 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 Ich höre! Na! Bernhard! Franz! Bernhard! Franz! Susi Bernhard! Franz! Bernhard! Franz! Susi Bernhard! Franz! Bernhard! Franz! Bernhard! Franz! Bernhard! Franz! Bernhard! Franz! Bernhard! Franz! 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 Es muss knallen! Es stinkt! Es muss aufmerken! Liebe, liebe, liebe Gästinnen und Gäste! Liebe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer! Liebe, liebe Gekommeninnen und Gekommeninnen! Bauen wir uns gemeinsam ein neues Augsburg! Weltaugsburg Neude! Gäste! 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 3 1 1 1 2 4